Köln wir jagen das beste bespringt ins Meer sowieso eine der Varianten um zu überleben da kommen ja Köln und das war schon der Ort gefunden die nicht wirklich aber wenn ich mal suchen hier als sie in 1000 500 Akazien Kacke so ich bin hier nämlich jetzt auch noch vor ihnen Akazien 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 ich will keine Akazien ich will noch was ganz anderes und ich möchte nicht in diese Schlucht fallen Alter wie tief ist die denn uiuiui da hinten kommt der nächste Zombie angeschwommen na hast du auch ein Freischwimmer gemacht oder was so tschüssi schubpidupidupidupi hey jetzt war ich schon fast wie ein Loch da toll da kommt der nächste aber gleich geht die Sonne auf so langsam da hinten aber ich glaub es regnet wenn wir einmal kurz auf dieser schönen Insel dass die Sonne aufgeht und dann kannst du sehen ja ich bin doch gerade am Essen komm geh weg hier guck 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 geh dahin wo du her kommst du müsstest mal die Schlucht hier sehen ich glaub die baue ich zu oder ja ich hab grad nix zum zu bauen so greift mich jemand an ich möchte mal in die Schlucht gucken ey die ist extremst tief so Kuh drücken und äh Kuh Kuh da ist er die Gesundheit übrigens nur so by the way Tintensäcke wolltest du haben ne Tintensäcke Tintensäcke weil hier schwimmt grad ein Oktopus Alter ich seh hier nur Akazienholz ja ich auch alles nur Akazie ich glaub wir sind in einem Akazienbiom ah schön da die Sonne aufgeht aber es hier total regnet so was bist du Eiche ne komm ah war doch sowas von glasklau Ui nein die kannst du auch wenigstens von oben nach unten runterfällen ne diese Eichen nicht wie diese blöden Akazien oh ich hab hier ganz viele Hühner ha 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 traf ich die noch toll Alter du dich mal ich weiß ja nicht ob du hier schon Permission hast aber ich glaube ich bin hier schon in einem ganz anderen Gebiet aha wo bist du denn also ich bin jetzt hier ähm ja ein bisschen weiter raus geschwommen ich weiß gar nicht in welche Richtung vielleicht ist es auch Richtung Stadt hier oder so also der der ähm eigentlichen Stadt ja ich bin an einer Stadt gelandet aha da sollst du eigentlich keine Permission haben wenn das unsere Stadt ist schade aber hier ist Birke ich weiß wo das Haus gehört Slupi ja ich weiß ich hab da nämlich gleich Birken hingepflanzt weil ich war so frei ja die Berliner Hose die ganze Tiere hier ähm ja die gehören Wolkenkratzer und äh Tralalalad unsere Liebsten hier jetzt nicht mehr ich hab ein paar getötet echt? ja ich hab da du notieren wir da du äh ja eigentlich zählt das ja auch unter Griefen ne Tiere töten ja nein ich hab nichts gemacht keine Sorge ich hab aber nun getötet ich töte nur Tiere die nicht bezäunt sind das ist dann eigentlich okay außer es sind Pferde die besattelt sind die sollte man auch nie möglichst töten nein das mach ich doch nicht nein hm und warum isst du dann immer Pferdesettlasagne mhm ja aber ohne Sattel aber ohne Sattel ja der ist immer so schlecht zu kauen ja hm 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 hier muss es doch irgendwo Birken geben hm 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 ich brauch Fleisch ich hab welches ja ich hab ein Pferdgetötter das gibt Fleisch ja manchmal gibt es auch Fleisch ja ist ja ein Ding haben sie aber gefixt oder weil wir Dings gemacht ja Pferdefleisch steht hier du willst mich doch rollen oder ja ich will dich rollen ok hm warum will mich immer jeder rollen ähm hm hm hier hab ich immer noch keine Permission also verzieh ich mich wieder in die verkackte Wüste ja wieso verkackt das ist unsere schöne Wüste ja ähm ja das sind aber keine Bäume doch wir sind doch Akazien ha 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 wie man die Dinger und ich aber ja aber ich nehme mal ja hier dauert Pferd 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 übrigens hier sind auch Hühner auf der Insel die Gaggern nicht zuhieren bin ich wieder eine Wüste jetzt hab ich wieder Pferd 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 schon wieder so eine Mega Monsterschlucht Pferd 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 die Befugung ich habe auch Menschen also um einen Ofen lassen ich sehe dich doch nicht am Morgen ob er schon und schon wieder geraten ihm ist cool bisschen Hühnchen in den Ofen schmeißen Kommen Sie mal rund da her doch ich weiß meinen Ofen und man will sich auch nicht jetzt kann ich auch nicht wie erlaubt Autsch aber er hat mit der Kuh gemacht ich weiß nicht, sie ist da irgendwie reingeflogen hmmm, du mich auch vor allem hier ist eine Monsterschlucht, ne, wieder mal und da geht es auch wieder runter man muss man echt aufpassen, ne, mit diesen blöden Löchern deswegen sind ja auch hier keine 1x1 Löcher erlaubt die habe ich ja nicht gemacht ja, ja, ne, die sind ja von selber hier die ist dann blöd wir sollten ein paar Hühner hier leben lassen weil irgendwann ist sie tot, oder? spawnen sie immer wieder ich glaube nicht brauchen wir gelbe Blumen? äh hier wachsen aber ganz viele davon hier hat einer richtig derbe Eizung verloren jetzt, hier liegen ja immer noch rum wir wollen mal tpa, wir wollen mal tpa, wir wollen tpa, wir wollen tpa, hier Moment, guck mal her, ohne Scheiß äh, zeigen sie mal her wach mal, Kaktus, Dings, das könnte mein Zeug sein ja, so findet man seinen Mist wieder, ne ha, 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 ha aber gib nochmal zwei Hühnchen, wo sind wir hier? ich hab keine Haltung ah, cool aber es ist nicht weit von dem, wo ich weg war, oder? auf jeden Fall sind Hühnchen ja, gut, dann war es nicht weit von dem, wo ich weg war ja, es ist einfach nur hinterm Berg da oben ist ne Kuh die macht immer zu Mu da ist ne Zombie ach, das ist da, wo ich vor, 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 glaube ich ungefähr drei Stunden hier, äh, runtergefallen bin da wollte ich ins Wasser springen da vorne steht ein Zombie hä, ach, es regnet deswegen lebt er noch ne, es gewittert auch noch ne, 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 das will ich doch gar nicht und ich werde es nicht gerne getroffen du wirst vom Blitz getroffen, das hoffe ich doch nicht ja, ich hätte vielleicht die ganz hier hm? nicht, äh, Eichenholz ist eigentlich auch leicht abzufarmen, ne hm besser als, ähm, Akazien aber du musst, äh, die auseinander bauen, damit sie nicht hier zusammenhängen zusammenhängen genau